... bei dir versucht. Alles okay? Dieser Ausbruch hat die ganze Stadt ins Chaos gestürzt. Mir geht's gut, May. Alles klar. Ich mache mir mehr Sorgen um dich. Oh nein, bitte nicht. Fiest ist gerade der sicherste Ort in der Stadt. Die Center im oberen Stadtteil eher nicht. Aber wir sind sicher und geschützt. Hoffentlich bleibt das so. Ich komme vorbei, wenn ich kann. Hab dich lieb. Ich dich auch, Peter. Ich habe einen Lösungsvorschlag. Tanzwettbewerb. Tanzwettbewerb. Zeit zum Tothaugenschießen! Die Sträflinge sind schwer bewaffnet. Hier ist Sable-Zentrale. Wie ist die Lage an unserer Position in Dutchtown? Kontrollpunkt aktiv. Volle Gefechtsausrüstung. Tödliche Gewalt autorisiert. Gute Nacht! Alarmpalast置! Du kannst die Panzer umknacken! Alles gut! Ich mache zuerst die Panzer umknacken! Näh! 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 Spiderman, die schlimmsten Ausbrecher aus dem Raft belagern unsere Polizeireviere. Meine Männer brauchen deine Hilfe. Sofort. Verkauf dir Überblicke, dann erzähl ich dir alles. Bin schon unterwegs. Ist das Octavius? Nein, zwei seiner Lakaien. Den Doktor suchen wir noch. Um ehrlich zu sein, der macht mir echt Angst. Könnte der cleverste Superschucke sein, der mir je begegnet ist. Ja, genau das macht mir auch Sorgen. Halt durch, Käpt'n. Verstöße gegen die Quarantänebestimmung können der Polizei oder Direkt-Sable-Security gemeldet werden. Anze, die Sie, wird gewährleistet. Hier ist Sable-Zentrale. Brauche Lagebericht aus East Village. Gepanzerte Streife ziehen los. Melden geht der Spur von Spiderman. Puh, endlich aus der Sicht. Person, die Quarantäne bedingt keine Unterkunft haben. Soll sich eine Notunterkunft an den nächsten Sable-Security-Ausbots fänden. Sable-Security-Ausbots fänden. Deshalb wart ihr so mies drauf, Leute. Ihr brauchtet ein Nickerchen. Okay. Schlaf schön. Juri, ich beobachte eine Horde entflohener Rikerssträflinge. Sie haben sich dauerhaft verschanzt. Ich schicke ein Team. Aber es ist momentan so viel los, da wird es eine Weile dauern, bis ein Team steht. Ich will gar nicht dran denken, was die Typen in der Zwischenzeit anstellen. Ich erledige das. Hat sich überrascht, was? Was gehört? Was gehört? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Spiderman? Wo sind sie alle hin? Ich brauche hier Hilfe! Spiderman? Was ist das? Nicht! Ich zeig dir, was ich drauf mag! Ich zeig dir, was ist das? Ich zeig dir, was ist das? Ich zeig dir, was ist das? Ok, alle Mann! Seid nett zu den Neuen! Ihr kriegt Zweimannsfällen! Vorsicht! Na, jetzt holt sie da runter! Nicht deine Liga! Bist du lebens... Ach, schieß ihn! Sorry, mein Gag war noch nicht bereit. Könnt ihr noch mal rausgehen und wieder reinkommen, Jungs? Lauf, wenn du schlau bist! Spider-Man, eine Gruppe Riker-Testlinge, die früher ein Team waren, machen jetzt auch gemeinsame Sache. Das erklärt, warum sie viele Stützpunkte haben anstatt einem großen. Sie trauen einander nicht über den Weg. Das spielt uns in die Karten. Sie bilden kleine Gruppchen, die man gut bewältigen kann. Du hast gut reden. Ich muss weg. Ich leuchte dich in zwei Teile! Ich vermeime dich! So schnell gebe ich nicht auf! Weg da! Der Anasse! Du kalt! Das wird wehtun! Ja, komm runter! Verstärkung! Da wollen aber eine Menge Typen unbedingt wieder ins Gefängnis zurück! Los, Jungs! Wir können kranzend noch siegen! Ich halte das ewig durch! Stimmt, Spinner! Komm her und versuche! Ich reiß dich in zwei Teile! Wollt ihr wieder hier runter? Vorsicht! Damit kommst du nicht durch! Mehr? Wie viele Häftlinge kann Rikas eigentlich aufnehmen? So schnell geb ich nicht auf! So schnell geb ich nicht auf! Das wird schmerzhaft! Tut das weh? Jetzt hol sie da runter! Nimm das! Du bist irre! Der bewegt sich schnell! Hinterher! Der knutscht ihn! Damit kommst du nicht durch! Der knutscht! Der knutscht dich da oben! Oder hier unten. Mir egal. Du hast dich mit dem Falzen ange... Alles klar für den Putzdienst. Sag den Leuten hier, sie können jetzt in die Bodega. Gut gemacht. Die Stadt ist schon hart genug. Sie muss kein gigantisches Knastgelände werden. Okay. 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 Genau. Okay. Okay. Ja. ist dass sie das verdient hat leute oder sable boden teams brauche lagebericht aus afro chinatown beobachtungsposten aktiv lage normal alle einheiten meldungen überschüsse aus mehreren fahrzeugen ich muss das stoppen bevor es tote geht seid ihr betrunken oder nur dämlich hey papiere bitte du das wie Halt auf! Komm, ich steh auf! Los, steh auf! Oh nein! Destroy! Ich zeig dir, was ich drauf mache. Eins steht fest, die sind noch nicht reif fürs bürgerliche Leben. Aufgewandt! Zentrale, wir nehmen Sie mit dem Fett, die sich weigern, bei der Suche nach Spider-Man zu helfen. Werdet ihr die Flügel schützen! Das Gute ist, wenn ihr die Overalls anbehaltet, braucht ihr euch nicht mal mehr umzuziehen. Klar, ich hab zu tun, aber nie zu viel, um ein paar knallharte Kriminelle zu verprügeln! Oh man, ich wird dem Hals angelegt! Zeit, den Lute abzuknallen! Sie wollen mich umbringen und sind dann überrascht, wenn ich sie verprügle. Schickt Li jetzt schon Zivilisten hinter mir her? So. Sable agents! Genau die wollte ich nicht sehen! Aufwachen! Und aufwachen! 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 Gut! Erzählt das euren Freunden! Aufwachen! Kommt schon Leute, aus dem Knast raus und euch fällt echt nichts besseres ein? Sorry, dass ich den romantischen Abend unterbreche. Jetzt wirst du mir büsten! Ich zeige dir, was ich drauf mache! Ob Hammerheads Leute ihre Tiki Garderobe wohl her? Tut das weh? Er muss auf den Boden! Vorsicht! Auf ihn! Er hat Jake! Definitiv die übelsten Raufbolde, mit denen ich es in der letzten halben Stunde zu tun hatte. Berichten zur Folge hat Martin Lee in letzter Zeit neben seltsamen Fähigkeiten auch eine beinahe gespaltene Persönlichkeit gezeigt. Das ist Unfug und eindeutig ein Versuch, ihn der Verantwortung für seine Verbrechen zu entziehen. Nur ein Idiot würde glauben, dass er einmal Mr. Positive ist und den Armen mit einem Lächeln hilft und dann wieder Mr. Negative, der... Moment mal! Negative! Du Genie! Jared, du Genie! Sofort rechtlich schützen lassen! Gesrem! Wie ihr mims sagte! while Martin Lee's Spurs... Beide! Darf denn du mit Medigkeit machen?! Ah! 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 Was ist das? Die Lage in Murray Hill. Zentrale Transporter-Tank verfolgt der Klon der Händlinge. Gefangene sind überwältigt. Keine Umziele. Spitzer ihn! Spitzer ihn! Spitzer ihn! Spitzer ihn! Beziell! Einen Punkt für die Gurten. Alle Einheiten. Eine Versorgungsstation wird von Raft entflogen. Geplündert. Gemeldet der Ort ist Murray Hill. Okay, Captain. Hab den Überblick. Los. Rhino greift die Upper West Side an. Electro die Upper East Side. Du musst das Ruder herumreißen. Such's dir aus. Du wirst überall gebraucht. 10.13. Officer von Scharfschützen angegriffen. Officer an Murray Hill. Auf weitere Befehle warten. Peter, hast du Zeit? Wir brauchen Hilfe bei unserem Partnercenter im oberen Stadtteil. Das Veteranzentrum in Harlem. Was ist los? Männer aus Rikers fordern Essen und Vorräte. Das Personal hat sich verbarrikadiert und braucht Hilfe. Miles und ich wollen versuchen, sie zu evakuieren. Unternimmt nichts, bis ich da bin, May. Wir sehen uns in Harlem. May glint erschöpft. Hoffentlich ist sie nicht krank. Ich muss Yuri helfen und dann nach Harlem. So tauscht man keine Versicherungsdaten aus. Spider-Man! Not this! Spiderman! 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 Wir brauchen einen größeren Transporter. Alle Einheiten. Eine Notversorgungsstation wird von den Flohnen geplündert. Der Ort ist Cathedral. Juri, nähere mich dem Revier an der Upper East Side. Gut. Elektro und die Dämonen kesseln meine Männer ein. Die Lage ist kompliziert. Du siehst es, wenn du da bist. Juri Watanabe, während der Spannung. Juri Watanabe, wenn du da bist. Juri Watanabe, wenn du da bist. Die Sträflinge sind schwer bewaffnet. Juri Watanabe, wenn du da bist. Juri Watanabe, wenn du da bist. Wir benötigen bei Ausschreitungen Officer mit Schutzausrüstung. Bitte nach Sycamore. Over. Alle Einheiten. Entflohene Häftlinge stehlen Nahrung aus einer Vorratsstation. Einheit bitte zum Museum Miles. Offensichtlich ist schwerer Diebstahl jetzt dein Nahrungsmittel. Essensschlacht! Ist ja, ist ja ein Kampf um Essen. Hey, Gott! Hey! Hey, Gott! Und es geht. Und es geht zurück, Raikas. Und es geht zurück. 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 Nur noch einer. Und es geht zurück. Sie sind frei. Und es geht zurück. Und es geht zurück. Und es geht zurück. Und es geht zurück. Ich bin schon unterwegs. Und es geht zurück. Und es geht zurück. Ich holen. Und es geht zurück. 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 Stunde zu tun hatte. Juri, Rhino ist unterwegs, aber ehemalige Rikus-Insassen wollen sich deine Barrikaden vornehmen. Ich bin zur Unterstützung da. Sehr gut. Ohne die Barrikaden sind die Leute da drin entdicht. Ohne die Barrikaden sind. Danke, Spiderman. Hilf jetzt bei den anderen Barrikaden. Ich hab noch nie erlebt, dass Rhino einem Kampf ausweicht. Er muss auf Befehl von Dr. Octavius handeln. Mit diesen überfallartigen Angriffen auf die Notfallteams der Stadt. Ich bin, in der Mitte von Dr. Octavius handeln. Dachte mal. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Spider-Man, da oben! Die Sträflinge zünden Raketen! Sie schießen aufs Gebäude! Das lass ich nicht zu. Bin dabei! Erledigt Spider-Man schnell! Wir müssen das Gebäude sprengen! Ein Dach sauber! An Autogramme kann man auch einfacher kommen! Jetpacks? Welcher Hornoxer hat denen denn Jetpacks gegeben? Leute! Wir sind im gleichen Team! Greift mich wenigstens erst an, wenn die Sträflinge erledigt sind! Alle Rechtswecher werden pazifiziert! Pazifiziert? Fühlt sich gerade noch jemand zu 1984? Oh, nur ich? Kommt schon, irgendwer? Schön, dich zu sehen, Spinne! Weißt du noch, wie ihr mich eingedopptet hast? Ja! 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 wasürich? Wer geht los? Was ist das? Die Rikers Leute sind erledigt. Weiter geht's mit Sables fliegenden Affen. Juri, Revier gesichert. Und ich weiß jetzt, was es bedeutet, wenn man Sables Hauptziel ist. Kein Spaß. Tja, das hast du davon, dich mit Sables-Söldnern anzulegen. Vermutlich. Okay, ich bin jetzt erstmal raus. Meld dich, wenn irgendwas ist. Mach ich. Und danke. Du hast uns eine Chance verschafft. Okay. Ich muss schnell zum Partnercenter in Haarlem und May helfen. Peter, Gott sei Dank. Wir brauchen dich beim Veteranenzentrum. Wo bist du? Ich wurde aufgehalten. Bist du okay? Was ist los? Die Sträflinge haben Feuer gelegt. Das Personal ist draußen, aber May und Miles sitzen drinnen fest. Ich versuche irgendwie reinzukommen, aber das Feuer breitet sich aus. Bleib wo du bist, MJ. Ich erledige das. Verdammt. Tempo, Pete. Tempo! Die Stadt ist in Gefahr. Sie braucht Hilfe. Unser aller Hilfe. Okay, gut. Und sag Ankunft. Hallo, New York! Fuck! Ich komme! Du weißt aber schon, dass keiner mehr Banken nutzt. Reiner Zufall, dass du noch Geld gefunden hast. Ich weiß nicht, ob ich das schaffe. Du vielleicht nicht. Vielleicht braucht Spider-Man etwas Hilfe. Ha. Er denkt wohl, ich wäre leicht zu haben. Ich fühle mich nicht als Versager. Das hier bin ich. Ruft mehr Verstärkung und riegelt den Luftraum ab. Schluckt diesen Parker stolz herunter und akzeptiert, dass du ein Mensch bist. Genauso wie wir alle. Hey, Yuri. Ich hab die bösen Jungs. Aber... Aber was? Besorg dir lieber eine Leiter.